steinspitze das kann man ihm doch bestimmt ein zorn besorgen nicht symbol aber bitte nichts kaputt was wir noch brauchen okay vielleicht müssen wir mit ihm dorthin steinspitze mitnehmen das ist zu schwer für mich ach meinst du das war doch jetzt geraten oder die steinspitze irgendwie mitnehmen oder noch hier das war doch jetzt gerade dass da drauf ist dann sieht das für ihn auswählen ja vielleicht genau war sehr schön und tag bringt zu abstand halten hat da vorne ist es viel okay dann halte ich kann doch nicht fliegen ich kann doch nicht und der kommt nicht hin das ist doch schon abgebrochen das ist dann brauchen wir noch ein hufeisen und glitzer für die haare und ein kamm damit ich das richtig sehe gehen wir mal zurück zum stadt-tor wir brauchen auf jeden fall noch irgendwas was uns sagt dass wir erwachsen sind ein fosfos stoff hier zum beispiel dadurch die tür sind wir auch noch nicht gegangen scheint eine geschlossene gesellschaft zu sein sehr schön da müssen wir wohl noch mal hin gehen angenehmer nicht mehr angenehmer das ist zu schwer für mich ein schöner bingo abend kann noch nicht schaden hier sieht schon mal stärker als der kleine vielleicht können wir da das anheben ich brauche mehr hebelwirkungen wer ist denn mit einer steinspitze das müsste klappen aha jetzt bewegt sich das wasserrad schneller oder was wir müssen erstmal die fosfos loswerden aber jetzt haben wir nicht mehr dicht ist jetzt hier das horn verdammt wie geht nicht auf jetzt müssen wir noch die fosfos loswerden dann können wir weiter nichts okay das bringt nichts ich kann aber jetzt mit ihm hier diese borde anschauen das sieht aus wie tatsächlich fosfos zum neben erwecken tja das bringt wohl nicht viel ah das bringt es sehr schön aber damit nicht gelernt und da dreht sich der mut so schreck sehr schön die memo muschel okay was tut die eine memo muschel damit kann ich einen satz aufnehmen okay laura weiß was damit zu tun ist na sicher weiß die das ich spreche da nur was drauf wenn es absolut nötig ist es ist absolut nötig eine memo muschel man kann sätze darauf aufnehmen tja genau vielleicht langsam ist es verzweiflung oder können wir wie soll mir das helfen tja wir brauchen den Hut hier für ihn damit uns das startmodul gibt wo ist das hingeflogen hier nicht da lasse ich lieber okay steintor wie bekomme ich es mit dem fisch ich glaube nicht dass das ein pendel ich kann doch kannst nicht fliegen okay oh da oben waren wir noch nicht wir haben einen stein pendel okay da oben haben wir noch gar nicht nachher geholt gehen wir mal hier hoch oh hier ist der Hut sehr schön lehm lehm okay wir haben dem lehm sonst noch was hier ein zettel damit warte ich bis meine arme dreimal so okay ich kann nur mit ein zettel ein zertifikat betrifft das uns bei dem bei dem händler weiter ich war mit dem bau der basilien nicht einverstanden gezeichnet remi nepo ok ok ich weiß nicht inwiefern dass das weiterhilft aber ok wir haben hier auf jeden fall eine sprechstunde für dich kann ich das hier gegen euer startmodul tauschen finger weg das ist mein einziger beweis dass die basilien nicht echt sind also nicht können wir ein loch rein machen und das dann ihm er wollte doch ein dings haben kein ausschlag wie soll mir das helfen tja könnt ihr damit die leute zusammen trommeln auf einmal geht's das ding ist ja vorne zu da kann ich nicht reinsprechen ich sehe ein das haben wir irgendwie nicht zu ende gedacht tja das stimmt vielleicht wie soll mir das helfen ist doch ein beweis von remi nepo das ist doch also wie kriegen wir da jetzt ein loch rein zum windbrunnen hmm spitze ist abgebrochen das können wir nicht mehr benutzen was willst du nur von mir ok da fehlt der teil da fehlt ein teil wo wir das lied singen können tja können wir vielleicht das neue erlernte lied probieren die flöten nasen scheinen früher nicht nur im wald gelebt zu haben die sage vom einklang ist also wahr sehr schön sehr schön jetzt können wir da lang ich kann es bestimmt oder kann er nicht vorsicht ok kann er nicht wie können jetzt den windrädern und was auch immer da was machen anschubsen bringt da nichts es dreht sich ganz langsam ok wenn wir zum pony hingehen das pony sieht ziemlich mitgenommen aus ich bin doch hier nochmal reden hallo kann ich dir ein paar fragen stellen meinst du nicht dass es gerade ein ungünstiger moment ist nein wenn wir länger warten ist es vielleicht zu spät ich kann euch hören warum antwortest du dann nicht tja den haben wir schon alle fragen gestellt ich glaube das kommt tja also nein aber das hier ist keins dieser dinge nein ich denke nicht ok ein pendel es gibt so viele dinge für die sich das leben lohnt aber das hier ist keins dieser dinge nein ich denke nicht glück glück hatte ich noch nie nein dann wenn ich einspringen ich frage mich wo windbrunnen ihren ursprung haben ich kann was hier drauf stellen jetzt nochmal das lied spielen und dann Wir müssen nur irgendwas mit den Windrädern kombinieren. Okay. Seltsam. Irgendwie müssen wir noch ein Loch in den Hut reinkriegen. Wir haben den Basilischweif da. Mit verbinden. Tja, neben Klumpen. Da fehlt noch was. Wir müssen das andere Zeug erstmal mit holen. Das hier. Mitnehmen. Und da oben drauf kleben. Ich hab die Noten schon auswendig gelernt. Okay. Aber das können wir bestimmt kombinieren. Das würde nichts bringen. Robert sollte sich das mal anschauen. Okay, er hat sich schon gelernt. Okay, merkt er, dass ich... Keine Zeit schwimmen zu gehen. Das ist ein Brasilienfriedhof, da kommen wir auch nicht weiter. Hm. Ein Warnschilz. Das würde nicht funktionieren. Warnschilz. Warnschilz. Das ist ein Warnschilz. 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 Wir haben ein Hilfesystem. Finde den Bingo Ball, den das Bingo-Fertigen verloren hat. Okay. Ah, okay, wir können es vielleicht in den Raum... Ah, okay, vielleicht ist das wirklich eine gute Idee. Im Fluss dann... Der Lehm ist zu trocken. Lass mich raten, im Fluss können wir das... ...eine Lehmnase machen. Ein nasser Leben. Sehr schön. Eine Lehmnase. Vielleicht reicht das schon. Als Zorn. Und das noch überstülpen. Okay. Du brauchst vielleicht eine Lehmnase. Kannst du das vielleicht gebrauchen? Ja, das ist ein tolles Horn. Ähm... Ein Leben hauen. Na, sehr toll. Okay. Dann haben wir das geschafft. Ich brauch das nur einen kleinen Hinweis. Silbermane. Wo kriegen wir das her? Basilischweif, okay. Silbernglänzend. Okay, erstmal müssen wir den Basilian reparieren. Silbernglänzenden. Okay. Okay. Das war die Frage. Wie kriegen wir den überzeugt? Unterricht davon haben Flüsterte. Haben wir schon. Absäbeln die Spitze. Beim Windpunkt. Okay. Ach, okay. Ja. Ich kann mir das dort hinstellen. Damit könnte ich das Windrad höchstens blockieren. Hm. Will ich hier drauf stellen? Das könnte Spaß machen. Tja. Und jetzt mit dem Windrad. Na komm, solange es noch läuft. Natürlich. Das kann er durchsprechen. Sehr gut. Dann gibt es uns das Startmodul. Dann können wir erstmal das. Die Basilians laufen kriegen. Dann haben wir auch was, womit wir. Eine Silbermenge kriegen können. So, hier. Vielen Dank. Gerne. Und jetzt zeigt was ihr drauf habt. Kommt alle zum Marktplatz. So hört die Wein über die Basilian. Ich glaube es kommt keiner. Entmutige ihn nicht gleich. Er hat doch recht. Ich hab getan was ich konnte. Jetzt müsst ihr Emil besiegen. Danke. Ohne eure Vorarbeit wären wir gar nichts. Können wir jetzt gehen? Sehr schön. Wir haben das Startmodul. Rein damit. Mit dem Basilianschädel. Startmodul. Ein Stück Platz. Damit warte ich bis meine Arme dreimal so lang sind. Okay. Dann muss das halt abmachen. Okay. Kannst du vielleicht. Sehr schön. Mist. Die Memo Muschle ist zerstört. Die Memo Muschle. Jetzt hört der Basilian nicht mehr auf Befehle. So oder so bräuchte ich den Aktivierungssatz, damit er auf meine Stimme hört. Hm. Ein Zauberwort? Wie wär's mit... Bitte? Ach Flötennase. Ich würde wirklich gerne in einer Welt leben, in der du König wärst. Wo sollen wir den Satz jetzt herbekommen? Mein Vater weiß ihn. Der hat diese Monsterviecher schließlich für Conroy konstruiert. Nur weil er dich schützen wollte. Ja, und deswegen sitzt er jetzt bei Emil im Knast. Und muss wahrscheinlich die nächste schreckliche Waffe konstruieren. Ich wünschte, ich könnte mit ihm reden. Mama Mola hat ja auch mit mir über die Ferne gesprochen. Vielleicht kann sie auch Kontakt mit anderen herstellen. Bitte nicht. Danke. Um den Basilian zu reparieren. Und den letzten Windmönch zu finden. Und Laura glücklich zu machen. So Memo Muschle passt da nicht rein. Ich muss erst den Aktivierungs- Ja, okay. Ich spreche da nur was drauf, wenn's absolut nötig ist. Ist es. Okay. Zurück zum Stadttor. So, jetzt müssen wir erstmal noch einen Ball. Einen Bingo Ball besuchen. Aus dem rechtlichen Leben oder so. Wie kriegen wir das hin? Okay, erstmal alles andere. So, die Bingo Ball ist hier unten. So, die Bingo Ball ist hier unten. Okay, wo kriegen wir den Kamm her? Ja. Ja, die Fischkette natürlich. Haben wir das jetzt fertig oder? Die Mäne. Die Mäne. Die Mäne. Die Mäne. Und links. Und links. Ach, die Kühlflüssigkeit natürlich. Da bin ich nicht drauf gekommen. Die Kühlflüssigkeit. Lass mal in den Kühltank tauchen. Dass der Silber möchte. Weil wir nicht so früh gekommen sind. Damit war... Ja, ja. Einmal mit Hack. Dann mal eine Silbermähne. Let's go. In den Monaten hat er schon Silbermähne auch noch. Er braucht nur noch den Ball, oder? Er muss glücklich werden. So, wir geben aber erstmal die Mäne. Dann kämmen wir ihn mit der Fischkette. Schau mal. Danke schön. Ich reiße es auseinander. Dann hast du etwas für deine Mähne und deinen Schweif. Danke schön. Aha. Sieht ja wohl nicht aus. Darf ich dich kämmen? Mit der? Na gut. Und wir haben die Bingo Kugel. Hey, ich habe eine Kugel in deinem Fell gefunden. Jetzt bauen wir noch einen Huf. Meine Bingo Kugel? Willst du gib sie mir? Gerne. So, jetzt bauen wir noch... Jetzt müssen wir noch irgendwie aus den... Wir können noch mit den Kleblättern. Dann haben wir damit mehr Glück. Kann ich das hier gegen eine Wundertüte tauschen? Nein, aber... Ich dachte es bringt Glück beim Ziehen. Okay, war nur so eine Idee. Hier. Rufe. Das Metall... Natürlich. Vielleicht... Darf ich mein Pendel zu den Wundertüten befragen? Sicher. Oha. Oha. Ein Magnet in der Tüte. Das ist natürlich die gelbe, die hier ganz umhängt. Wir müssen diese Wundertüte hier vorne kaufen. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Ein Hufeisen. Sieht eher wie ein Magnet aus. Ihr habt ja wirklich das Hufeisen gewonnen. Da hätte ich drauf kommen sollen. Na toll. Okay. Willst du ein Magnet ans Hufeisen? Kannst du das vielleicht gebrauchen? Kannst du das vielleicht gebrauchen? Okay. Jetzt sieht mein Glückshuf richtig Hammer aus. Na dann. Mit der App hier. Ich werde den Bingo Ball so hart treten, dass die Enkelkinder vom Ansager nach der Zahl benannt werden. Die anderen Pferdchen werden sterben vor Neid. Sie werden geblendet sein von meiner Mähne. Sodass ihnen die Augen wegkokeln und die Haare ausfallen. Und dann bin ich das einzige Bingo Pferd. Na toll. Und die anderen sitzen hier und sehen richtig hässlich aus. Und dürfen nicht mitspielen. Nicht sehr freundlich. Reicht der Bogen. Ist verschwunden. Das Bingo Pferdchen. Das Bingo Pferdchen. Kommen wir jetzt. Kommen wir hier nach oben. Kommen wir hier nach oben. Wir haben ein Monster erschaffen. Genau. Ja, aber ein hübsches Funkelndes. Die Armen. Angeschaft gefeiert. Bingo. Na toll. Zu weit weg. Wir haben einen Sack hin. Der kann dort immer noch nicht hin. Der kann dort immer noch nicht hin. Geht er lieber nicht hin. Davon ist es viel. Ach Menno. Wie kommen wir denn zur Statue hin? Hätte die Fischgräte als Leiter benutzt. Aber was so ist. Okay. Ah. Bingo Abend ist vorbei. Ich kann doch nicht fliegen. Die Bingo Party scheint vorbei zu sein. Können wir durch die Tür vielleicht. Scheint eine geschlossene Gesellschaft zu sein. Okay. Dann ist sie jetzt vielleicht in der Höhle. Können wir sie doch besuchen. Aha. Ja. Ihr seid die Frau aus meiner Vision. Ich freue mich dich hier wohlbehalten anzutreffen. Und wer ist deine Begleiterin? Ich bin Laura. Seid ihr ein Paar? Nope. Ähm. Sollten wir nicht lieber erstmal Asposien retten? Du wirst allein sterben. Ach. Jetzt auf einmal. Wir suchen den letzten Windmönch. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Das Kloster ist hier ganz in der Nähe. Aber ich muss euch warnen. Der Eingang ist kaputt. Oh nein. Wieso das denn? Ich möchte ja nicht sagen, dass ich ihn kaputt gemacht habe. Aber bei einem meiner Kräuterexperimente mit dem Fernsprecher gab es eine Verpuffung. Wie? Woher soll ich das wissen? Dieser Kräuterlikör hat mir jede Erinnerung geraubt. Hm. Tja. Und wie kommen wir dann da rein? Kann ich die Tür vielleicht aufflöten? Tut mir leid, Junge. So funktioniert das hier nicht. Oh nein. Ja, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Braucht ihr eigentlich den kaputten Basil auf der Klippe noch? Ich denke, wenn ich Emil beweisen könnte, dass die Viecher nicht echt sind, könnten wir so die Hinrichtung verhindern. Aber wie heißt der Abspruch? Und wenn ich dann den Windmönch finde, ist Rastrosien wieder sicher. Fang jetzt nicht wieder damit an. Also alte Frau, kann ich den Basil haben? Natürlich, der liegt hier eh nur am Weg herum. Du kannst ja versuchen, ihn wieder zum Fliegen zu bringen. Das Startmodul habe ich schon eingesetzt. Die Stabilisierer scheinen auch zu laufen. Mir fehlt nur der Satz für die Sprachaktivierung. Wenn ihr Hilfe braucht, dann sagt mir Bescheid. Was werde ich? Danke. Wie heißt der Spruch? Ach Kind, was soll ich denn damit? Wir den Spruch nennen. Nein, danke. Das brauchst du selbst noch. Ich spreche da nur was drauf, wenn es absolut ist. Hm. Wo kriegen wir jetzt den Spruch her? Hilfesystem. Öffne das Tor bei Mamadola und zumindest wenn ich mir nicht zugelang. Aha. Ich muss jetzt mal mit ihr sprechen. Okay, haben wir doch gerade. Gehen wir nochmal mit ihr. Hallo. Na, wie kann ich euch beiden helfen? Der Spruch für den Basil. Machen wir es rückwärts. Die Basilen waren nie echt, oder? Oh Gott, ich will nein. Die Dynastie war echt und die Windmönche. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, von denen ihr nie erfahren werdet. Aber die Basilen sind so erfunden wie mein Alter. Das müssen wir Emil beweisen. Wenn ich das Ding repariert kriege und zu ihm bringe, muss er uns glauben. Ein guter Plan. Ah, okay. Ein Ferngespräch. Der Basil will hier nie die Wahrheit beweisen. Ich hoffe nur, er hört ihr dann auch zu. Das habe ich schon vor ein paar Folgen gesagt. Hervorragend. Hast du mal überlegt, bei mir in die Lehre zu gehen? Was hätte ich davon? Freibier. Ich denke drüber nach. Ich bin dabei. Ja, mit Spaß. Du kannst Kontakt herstellen? Siehst du dieses schicke Dosentelefon da drüben? Ich brauche ein paar Sachen. Wenn du mir einen Glücksbringer, was Brennbares und was Persönliches von deinem Vater bringst, dann kannst du deine Verbindungslinien aufbauen. Okay. Stopp es einfach in die Dose. Haben wir da vielleicht irgendwas im Winter von? Ach du Schande. Schon wieder so ein Rätsel. Muss es ein bestimmter Glücksbringer sein? Ach Kind, mach keine Wissenschaft raus. Es ist nur einfache Zauberei. Nimm irgendwas, das Glück bringt. Stopp es in die Dose und zack. Ferngespräch. Aha. Muss es etwas bestimmter sein? Muss gar nicht das Telefon so funktionieren. Irgendwas, das ein ordentliches Feuer anfacht. Ich mag, wie ihr denkt. Was Persönliches? Genau. Egal, was du findest. Es muss etwas sein, das nur von deinem Vater stammen kann. Oh, ich? Netter Versuch, aber du passt doch überhaupt nicht in die Dose, mein Schatz. Das kriegen wir schon hin. Können wir loslegen? Solange noch Zutaten fehlen, kann das Ritual nicht begonnen werden. Also, wir brauchen definitiv noch was Brennbares. Ansonsten macht das keinen Spaß. Natürlich braucht ein Glücksbringer... Das war's. Okay. Immer ein Zertifikat. Moment. Wir ares.